So, und da sind wir wieder, ähm, nach unserem letzten Fail, das war ja jetzt ein bisschen blöd, und, äh, wir haben uns jetzt auch wiedergefunden und haben unsere Kruger mitgenommen aus dem Global Inventory, dass wir mal wenigstens jetzt bewaffnet sind, und, ähm, ja, waren wir ja eigentlich davor ja auch schon, aber wir haben ja total verschissen, egal, ähm, also, natürlich, ich hab meinen Satz vergessen, egal, ähm, wir sind jetzt wieder nach, ähm, Lake City gelaufen, und, oh, ich weiß nicht, wir waren da eigentlich jetzt schon vorhin, aber da haben wir wieder verschissen, ich hatte eine schöne Pumpe, hab einen Typen gesehen, habt ihr da eigentlich so voll eine Schrotladung in den Rücken gepresst, aber, er ist irgendwie nicht gestorben, warum auch immer, ja, und, ähm. Und ich bin notdürftig mit dem gefurten Hammer hin gerusht, und dann, ja, hat der Hammer nicht so funktioniert, wie ich wollte, und dementsprechend, ähm, ja, wurde mir dann auch die Handelsschleuse geöffnet, und, ähm, ja, mit seinen eigenen Schotgarn, Schot, Schotgarn, kennst du Schotgarn, okay, die Schotgarn, die hat, also, äh, die Schotgarn von ihm, ähm, hat mir dann zum Tod geholfen, weil dieser Typ, die ja, Benutzer, und dann haben wir uns jetzt getroffen, halt einen neuen Charakter, und dann, ja, ja, ähm, ja, ähm, wir, wir wollen jetzt erstmal zum Weihnachtsbaum, weil wir erstmal eine Waffe für uns brauchen, gegen Zombies, weil wir wollen jetzt nicht unsere ganzen Money verschanzen, und, ja, und, ähm, ich glaube, wir sollten diesmal ein bisschen taktischer vorgehen, nicht wieder in die Stadt rushen, und, ähm, wieder direkt so eine Kugelladung in den Kopf kriegen, mhm, das passiert, ey. Wär ein bisschen, ja, wär ein bisschen scheiße. Ja, aber mal gucken, ähm, müssen wir erstmal hier die, ähm, die werden aus ihren Geschenke Waffen klauen, und gucken, ähm, welche zu finden, weil wir schon, weil Weihnachtsbaum so vorbeigesetzt haben. Gut, ich glaube, wir sind gerade total unkonzentriert, weil wir nur am Labern sind, ähm, deswegen rushen wir auch gerade durch, ich glaube, ab jetzt sollten wir mal ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir den Paar direkt auch schon wieder verscheißen, da ist ein Zombie. Ja, nicht rennen. Herzschön. Rennen wäre jetzt taktisch unkulich. Dämlich. Ja. Ich hab, ah, man, ich dachte gerade, wäre so ein Laser gewesen, aber das war einfach nur so ein, äh, ja, genau. Du hast nicht zufällig, was zu trinken oder zu essen, ne? Ja, Mann, ich will nicht, nein, nein. Ich will Jack Frost. Ich glaube, Center wurde bestohlen. Ne, gab's doch doch gerade noch eins. Ja, ja, ich meine, aber so, okay, also so eine Candy Can hätte es schon getan. Ja, 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 liegen nur Chemnites. Ja, Chemnites. Genre als Supermark-Cat. Nicht? Ja, doch. Jetzt meinst du, wie geil das wollen aus, als Jack Frost gebracht hat? Das war so geil. Alter. Das war voll geil. Ähm, ich denke mal, wir werden auch bald, also er will sich jetzt erst mal was für sein PC kaufen, damit das Spiel überhaupt aus seinem PC läuft. Er tut's doch, ja. Ja, nein, nicht das, ich meine, Dayset. Ich, ich denke mal, wir würden dann eventuell Warzett abbrechen und dafür Dayset starten. Ja, ja, nicht abbrechen, aber lieber Dayset zocken, weil das macht. Obwohl, keine Ahnung, wahrscheinlich dann eher beides. Ja, mal schauen, wie's, was sich so hält, oh, trinken, ich brauche unbedingt trinken. Oh, scheiße, das ist, komm. Ich wollte's dir klauen. Can of tuna, was zu futtern. Ich brauche mal zu süppeln. Ja, ich brauche was zu essen. Ich habe gerade alles aufgegessen. Ähm, wie viel? 14 Leute. Alter, warte, okay, wir müssen mal ein bisschen konzentrierter spielen, ohne Witz. Eigentlich bin ich hier immer in den Supermarkt gecrouched, weil ich immer dachte... Ja, weil ich immer dachte, dass irgendein Penner da hinten hockt und mir den Arsch auf reißen will. Was ist das? Barber's Barricade? Ach, das ist, äh, Holzbarrikade. Ja, das hab ich ja nicht bekommen. Hast du es genommen? Ja. Na, hau mal hier hin. Bis zum nächsten Mal. Da sind wir die R합니다. Das 8 эпologische durchgeguckt. Ich habe einen Pen ochtel Linus gefunden. Pass auf das zweite Lass nur kurz hier hinter die fetter House locken. Ich denke mal, wir werden auch in den nächsten Parts mal so ein kleines Bandit-Eck machen. Ich weiß nicht, ob ich... Soll ich schon verraten, was wir vorhaben oder noch nicht? Nee, das sieht man. Ja, okay. Also ich... Also ich... Also ich... Also Carly... Also Carly und ich ente... Wir haben es schon mal gemacht. Und ich muss sagen, wir waren ziemlich erfolgreich an der Beute. Und das hat auch mega viel Spaß gemacht, bis wir abgeknallt wurden. Das ist eigentlich so richtig, richtig geil. Das geht eigentlich recht gut, ne? Das geht mir eigentlich immer. Außer du hast richtig Pech. Der lockt sich hinter dir ein oder so. Aber mehr verhandeln wir jetzt auch nicht. So, ähm... Ja, und ähm... All die... Wir werden jetzt nicht nur in Lexity bleiben, ähm... Wir werden... Oh, du hast das mit aufgehoben. Ähm... Wir werden auch... Oh, Penkelos. Wir werden auch in größere Städte gehen, aber wir wollen uns erst mal ein bisschen... Besser äquip minieren. Ja, ähm... Neues Forderfunden. Äquip minieren müssen wir echt mal. Ja, genau. Und, ähm... Dann wollen wir halt in eine größere Stadt, weil wir wollen nicht reinlaufen und direkt schon so einen Sniper-Schuss in den Kopf kriegen. Ne, jo, ist auch so. Das glaube ich, ein Zombie, oder? Wenn ich das richtig sehe. Voll, voll gut. Fair, fair, äh, barrikadiert. Sieht man auch gar nicht, dass hier jemand war, ne? Hier sieht man oft irgendwas auf dem Wagen drauf. Oh, water. Ja, nein, ich brauch wieder direkt nach... Tut mir leid für meine Sprachfehler, ich, ähm... Naja, hab... Egal. Ähm... Ich brauch auch Essen und Trinken. Oh, scheiß ich bin drin. Was du priorist... Allig Nein, Mann nicht. heißt es ob ich sowas habe. Nein, 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 heute Morgen. Er Hogwarts. Werpiegeln gerade im Schlaf mit das war ja gut also im Räuber mehr auch um ihr hatte ja nichts hat hast du die Pistole oder so aufgehoben was meine ist denn es lehrt über kurz sagen und was ist es mit deinem Kassel auch schon auf der Hauptstadt schon das war Kiel um vorallt hat bei mir sind auch kann ich gar nicht das sind ich weiß nicht so zum Weihnachtsbaum dort sind jetzt erste ich hab irgendwie immer schiss bei so einem Spiel egal wo ich bin selbst in einem Wald denke ich immer ach der ist bestimmt irgendjemand so normal ja genau auch einfach rein und da hinten ist glaub ich nicht nur schon bei uns ist bildet da ist ein Zorni du hast eine Taschenruppe er verfolgt mich er verfolgt mich mal kurz wo ist er weg 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 ich hätte ich nicht nur noch die sind die Fieber in der 804 ich habe es auch schon gefunden ich war voll lang wo ich doch gerade ich wollte gerade auf die schießen Alter lassen mal mal ich gehe jetzt hier Alter ich brauche unbedingt was zu essen und trinken und ich sag voll oft Alter und glaube nicht Alter 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 und Deutsch Bruchmotor seit Torch ich glaube an der Bauern und wir letztens abgibt weggezogen nie was man war das nun ist wie mag ich diesen Ort hier ist wir haben ja sie hat sie hat meine Pisten aber jetzt findet man nie mehr so sehen etwas was ist 16 ich habe ah weg dauernd schießt dass wenn man um eine Ecke geht dass er entweder jemand wartet oder oder ist ein solch nein der verfolgt nicht ab eh wo bist du wo bist du mit der Taschenlampe bitte weg da weg da weg da ich will nur nicht ey pass mal lieber auf weil Taschenlampe in der Lake ist ziemlich scheiße da also man hat ja ein bisschen schlecht gewesen und man denkt auch irgendwie immer du gehst grad nach vorne so ein first person dann kriegst wirst du direkt von hinten abgeknallt aber im 3 denkt also denkt ist bei mir so zumindest habe ich das Gefühl dass Prozent ich so nach hinten also oben so nach hinten hätte war ich weiß ich war auch dort hatten das ist einfach nur so ein Gefühl ja ja Augen am hinteren nein dass ich so nach hinten gucken könnte ich hab's irgendwie so ein Gefühl aber wenn du das nicht hast ja so ein bisschen aber man kann gar nicht nach hinten gucken ich glaub du solltest vorgehen weil du die Taschenlampe hast ja die hab ich schon an ah Standard du hast doch mal diese du hast doch mal diese Kruger ähm äh dieses Kruger Sturmgewehr dann ne ja ja ich meine nur ich hab grad Mac dafür gefunden äh wo bist du da wo bist du wo 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 ach da nö bist du das spring mal wenn du das bist spring mal wenn du das bist okay du bist das das ist meine Reaktion wenn ich ein Spieler sehen Ohr Scheiße sind dafür zu müssen das ist langsam verhandelt das ist es so dass man total verkrüppelt in griechen kann leg dich mal hin kurz und dann steuerung halt mal steuern gebringt für mich was sie dann nix halt steuerung gedrückt und gehen nach vorne der Wachstuhl dann so irgendwie ich guck mal ja das ist echt so so sein schnitt er genannt aber wenn man das macht dann hört man dich gar nicht oh der Zombie kommt hier hin man Scheiße nein der hat mich gesehen nein der hat mich geholfen nein nein der hat mich geholfen ähm wenn nicht wenn du mir mehr helfen würdest geht das nicht zwei Zombie zum Arsch halt einfach ab nein der kommt hier hin der kommt hier hin der kommt hier hin der kommt hierher wo soll ich ihn abknallen oder nee ne nein halt hier halt kurz hin okay ja diese oh ich hab' ich hab' noch nicht in mir angelockt Scheiße wie viel hab' ich am Arsch ich bin hier bin ich ähm das war schon aus dem Auto laufen ist zu ich bin einmal ums Haus gelaufen oh da kommt ja noch einer ja klar was willst du dir hin guck mal kurz hinter mir ich kann nicht kann ich sagen ja ja ich guck also ja wo du sie gehütet ich weiß nicht so wie die kurz abknallen ja mach du mal dein Ding in der Leer ja im Moment liegt mich kurz aufs Auto aber nicht mich ne aber nicht mich ne hopp quack 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 ich hab' noch hast du noch äh bandage oder so oh nee ich hab' selber nichts ich brauche mal was zu futtern alter ich brauche mal ich brauche mal ganz ich brauche mal ganz riesen was zu futtern oh das kann so einfach liegen das in mir nee das ist ja mein Mac